Hallo und herzlich willkommen zu den Retropanda Pickups. Ja, es hat etwas länger gedauert und ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so viel gekauft eigentlich. Also ein paar Sachen sind natürlich zusammengekommen. Ihr habt es schon am Titel gesehen. Hauptsache Switch-Spiele, limitierte Spiele, ein bisschen retro und ein bisschen drumherum. Aber es ist nichts Großwildes. Ich habe in letzter Zeit einfach keine Zeit zum Zocken. Ich weiß. Oh. Also momentan verändert sich so ein bisschen was sehr positiv in meinem Leben. Und da habe ich momentan einfach wirklich so gut wie keine Zeit zum Zocken. Und deswegen tut es mir auch fast, wenn ich euch gleich die Switch-Spiele zeige. Die sind auch teilweise eingeschweißt und ich weiß auch gar nicht, wann ich da jetzt so richtig rankomme, die mal richtig zu öffnen und auszuprobieren. Dann muss ich einfach mal schauen auf jeden Fall. Ja, das schlägt sich natürlich auch momentan so ein bisschen auf YouTube nieder, meine etwas weniger Zeit, sage ich mal. Ich bin derzeit sogar etwas am überlegen, ob ich nicht vielleicht von diesen drei Videos die Woche wieder auf zwei Videos die Woche irgendwie runterkürze. Mir liegen jedoch diese Sonntagsvideos eigentlich ganz nah am Herzen. Ich würde das dann irgendwie so austauschen, dass ich dann statt, also montags und donnerstags die Videos weiter beibehalte. Und dann hat donnerstags dann auch mal so ein Pick-Up-Video oder nicht immer eine Quilzig-Folge. Momentan ist es halt wirklich so, montags, zack, ist eigentlich festgesetzt Game Boy. Entweder ein Test oder ein Quilzig-Video. Und donnerstags ist momentan auch entweder Test oder ein Quilzig-Video. Meistens Super Nintendo, also irgendwas farbiges, 68-Bit, sage ich mal. Also es kann Super Nintendo sein. Es kann natürlich auch Sega Game Gear sein, zum Beispiel. Also irgendwas farbiges. Und sonntags war halt immer so, ich sag mal, so der offene Sendeplatz. Ich meine, gut, ein paar Sachen haben sich da natürlich schon so ein bisschen festgesetzt, wie zum Beispiel die Blätterfolgen oder die Pick-Ups jetzt zum Beispiel. Börsenvideos fallen dahin oder ja sonstiges, wo ich mich mal ein bisschen kreativ austobe. So, da bin ich jetzt etwas mit überlegen, ob ich das so vielleicht etwas dynamischer gestalte. Ich muss mal gucken, noch geht es zeitlich, aber wenn es so weitergeht, wird mir das, glaube ich, auf Dauer etwas zu stressig. Aber wie gesagt, das muss ich einfach mal abwarten. Kann auch sein, dass das momentan nur so ein bisschen das Gefühl ist und ich einfach mal weiterschaue. Aber ich muss sagen, ich komme leider echt nicht zum Zocken, was jetzt normale Spiele angeht. Alles, was ich zocke oder mache, das ist momentan für den Kanal irgendwie. Ja, ist Erwachseneleben. Also stressig, aber auf eine schöne Weise stressig, beziehungsweise hat es wirklich schöne Gründe, warum ich etwas weniger Zeit habe, was ich jetzt auch nicht eintauschen möchte. Aber das mal ein bisschen vorweg. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht nach Motto oder vielleicht nur alle zwei Wochen sonntags ein Video. Müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, welche Formate euch am liebsten gefallen, dass ich mal ein bisschen schaue, welche ich jetzt etwas Priorität zu messe und welche nicht. Jetzt, wobei ich rede, so alle zwei Sonntage ein Video ist natürlich auch nicht so verkehrt. Das würde so ein bisschen Luft rausnehmen. Und hey, aber wie gesagt, mal gucken. Ihr könnt ja mal euch in den Kommentaren äußern, das sind so ein bisschen meine Gedankengänge dazu. Aber ich habe euch jetzt länger, zu lange zugelabert und ich würde sagen, ich fange mal mit den Pickups an. Und zwar fangen wir mit dem Game Boy an. Game Boy Classic. Und das Spiel hier, das ist wirklich, das hat mich super, super gerührt. Ihr seht es, es ist Tayspin für den Game Boy. Und zwar, wenn das auch, er fokussiert wird mit dem Panda hier im Hintergrund. Ihr solltet den echt nicht beleuchtet lassen, glaube ich. Der will immer den Panda fokussieren. So, Tayspin auf jeden Fall, ne? Für den Game Boy. Und das hat mich wirklich sehr gerührt. Und zwar hat mir der gute Toto das als Kanal-Spinde zukommen lassen. Ich habe ja in meinen anderen Börsen-Videos ja immer mal wieder so erwähnt, ja, auf den Börsen habe ich das gesucht und nicht gefunden. Und das ist so ein bisschen auf meiner Wanted-List. Und dann hat er sich gemeldet, hey, ich würde dir gerne was zuschicken. Gib mir mal deine Adresse. Habe ich natürlich gemacht. Und dann hat er mir das geschickt. Und das hat mich echt gerührt, muss ich sagen. Das ist schon so ein komisches Gefühl, dass ich das in meinen Videos sage, hey, ich hätte das gerne. Und sich das, wer merkt und das Spiel zu Hause hat und mir das einfach so zuschickt. Also das hat mich wirklich, wirklich sehr gerührt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall Toto an dieser Stelle. Ich habe mich ja schon so ein bisschen bedankt. Und habe natürlich auch schon einen Test dazu gemacht. Das war vor ein paar Wochen. Deswegen die Kanal-Spende ist schon etwas länger her, wie ihr merkt. Aber es kam immer irgendwie was dazwischen, warum ich jetzt die Pickups nicht filmen konnte. Beziehungsweise das hat er sich auch nicht immer gelohnt. Der Toto hat auf jeden Fall eine schöne Facebook-Seite, wo er ein bisschen Super-Nintendo-Spiele archiviert und darstellt und so weiter. Totos Facebooks, Facebook, SNES-Page heißt das. Ich habe euch die mal unten in den Kommentarfeld natürlich verlinkt. Wenn ihr also bei Facebook unterwegs seid, solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist ein super Kerl, super sympathischer und ich habe mich wirklich extrem darüber gefreut. Den Test habe ich ja schon dazu gemacht. Wer es nicht kennt oder den Test noch nicht gesehen hat. Das ist im Prinzip so eine Art Shoot-em-Up, aber auch nicht so wirklich. Also klar, Tayspin ist halt natürlich der Captain Baloo und seine Crew, hieß das glaube ich auf Deutsch. Super Serie, habe ich als Kind wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Ja und das ist im Prinzip so, man hat sich nicht für einen Plattformer entschieden, sondern so eine Art Shoot-em-Up, wo man natürlich jetzt auch nicht so auf Dauerfeuer ist und so weiter. Das spielt sich sehr, sehr fluffig. Wer Details haben wollt, schaut euch einfach den Test an. Was hat mich das wirklich sehr, sehr gerührt, dass wer wirklich aufpasst und sich das merkt, dass ich das suche. Schönes Gefühl, muss ich sagen. Hat mich echt gerührt. Vielen, vielen Dank wirklich an dieser Stelle nochmal an dich. Kommen wir zu dem nächsten Game-Ross-Spiel. Auch das habe ich umsonst bekommen. Und zwar ist es Quart. Auch ein sehr schönes, er fokussiert für den Panda, deswegen muss ich so ein bisschen zur Seite gehen. Sehr schönes Puzzle-Spiel auf jeden Fall. Spielt sich im Prinzip, klingt es auch komisch, auch das ist so eine Art Shoot-em-Up kombiniert mit einem Puzzle-Spiel. Das klingt jetzt natürlich erstmal seltsam, sage ich mal. Aber wenn man spielt, ist es eigentlich relativ natürlich. Also ihr habt es quasi am unteren Bildschirmrand ganz normal wie bei Solar Striker zum Beispiel ein Raumschiff und könnt Blöcke schießen. Und von oben kommen ja so Blockgebilde und die sind aber immer offen irgendwie. Und ihr müsst halt diese offenen Gebilde mit diesen Steinen so komplett schießen, sage ich mal, dass da irgendwie die Rechtecke, Quadrate oder sowas entstehen und dann verschwinden die. Und ja, ihr seht es am Gameplay da vielleicht, ist sehr interessanter Spin. Ist natürlich jetzt so eine Erklärung, ihr kennt das einfach. Also es gibt so diese Puzzle-Spiele, die sind im Prinzip relativ simpel, aber die zu erklären, das ist also so Worte zu fassen. Wenn man das spielt, dann begreift man das sofort und alles. Aber irgendwie das Ganze zu erklären, das ist immer gar nicht so einfach. Und jeweils, das habe ich auch umsonst bekommen. Und zwar, wir haben hier so eine kleine Bestellgruppe, was so diese Limited One Games angeht. Und einer kriegt das natürlich alles zugeschickt und verteilt das dann an die anderen. Und derjenige hat mir das dazu gepackt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich lasse den Namen mal etwas anonymer, sage ich mal. Muss eigentlich nicht sein. Keine Ahnung, ob ich das machen sollte oder muss. Mach ich einfach mal. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt zeige ich euch nämlich jetzt auch gleich, wo das nämlich dazu geschickt wurde. Nämlich mit Celeste. Und zwar hat mich das besonders gefreut. Guckt euch mal das an. Das passt natürlich farblich perfekt, oder? Wie ihr seht, das ist noch eins der eingepackten Spiele auf jeden Fall. Ich finde das Cover herrlich, ne? Celeste, ja, da warten wir Ewigkeiten drauf. Ich glaube, bei Limited One konnte man das schon im Januar oder hat man das im Januar vorbestellt. Und jetzt wurde es endlich geliefert. Ey, Hammer. Die haben sich echt, echt lange Zeit gelassen. So lange hat das bisher nie gedauert. Also wenn man bei Limited One bestellt, hat man das ja meistens so, sage ich mal, so nach zwei, drei, eher so drei, vier Monate, nicht zwei, drei Monate. Was hat lange gedauert. Ich habe da irgendwo mal gehört, das liegt irgendwie daran, weil sie halt die ganzen DLCs noch mit draufpacken wollten. Und da war wohl noch eins nicht so erschienen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das hat mich interessiert. Ich bin ja eigentlich nicht so dieser Plattformer-Fan eigentlich. Aber das hat ja wirklich Höchstwertung durch die Bank bekommen. Ihr seht es ja oben im Trailermaterial, was ich hier einspiele. Super Gestaltung, natürlich schöne Pixel-Optik, was natürlich für uns als Retro-Leute natürlich immer positiv ist. Soll sehr, sehr knackig sein. Das hat dann immer natürlich so, ja, Meat Boy-mäßig, glaube ich, so ist es auch nicht. Aber es ist schon relativ schwer. Man muss verschiedene Fähigkeiten hier anwenden. Ich fand halt den Stil sehr, sehr schön. Deswegen hat mich das so gereizt. Und auch dieses Cover hier finde ich einfach sehr stilsicher und sehr schön. Und die Kamera denkt gerade, ich sehe es gerade im Vorschau-Bildschirm, dass meine Hand ein Gesicht ist. Ha, seltsam. Vielleicht soll ich hier mal so diese Wackelaugen draufkleben. Auf jeden Fall, ja, das ist gekommen. Ich habe es, wie gesagt, leider noch nicht antesten können. Ich habe das Spiel auch erst gestern bekommen. Deswegen habe ich da sogar noch eine Entschuldigung. Ja, und dann kommen wir noch zu mehr Limited One Games, nämlich zwei Stück hier. Ja, und da kam ich jetzt eigentlich durch Zufall zu. Und zwar der liebe Retro-Joe, an dieser Stelle viele Grüße an dich. Ihr kennt ihn alle, wenn ich es nicht vergesse, unten natürlich wie der Kanal verlinkt. Auf jeweils vorbeischauen. Und der hatte die Spiele auch nämlich bei Limited One vorbestellt. Ich nicht. Aber weil er dann so ein bisschen seine Sammlung, er nicht entschlacken will, aber so ein bisschen auf Minimalismus setzen möchte und so weiter. Was ein sehr lobenswerter Ansatz ist. Und er die Spiele schon digital hatte. Und er meinte, okay, ich habe die jetzt zwar physisch da, aber da stehen sie ja nur blöd im Regal rum. Und ich bin ja so einer, ich möchte eigentlich nur physische Spiele haben. Okay, wir kommen jetzt gleich noch zu so einem eShop-Kauf auf der Switch. Mein erster. Sag ich euch dann gleich noch, wenn ich es nicht vergessen sollte. Und er meinte, die werden bei mir eingepackt rumstehen und nicht benutzt werden. Willst du die haben? Und er so, ja klar, gut, was willst du dafür haben? Wir alle wissen, dass Limited One eigentlich, wenn die einmal die Bestellung durch ist und die da sind, steigen die Preise eigentlich relativ schnell. Ich meine, es ist halt limitiert. Und ja, hat er mir zum Einkaufspreis überlassen, die beiden Spiele. Da war ich natürlich zugesagt, wollte ich natürlich haben. Und ja, und zwar ist das einmal Bloodstained Curse of the Moon. Das ist ja quasi, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch da fokussiert er wieder den Partnerkopf. Entschuldigt. Ich muss das mal so ein bisschen davor halten auf jeden Fall. Ähm, ich finde es übrigens auch schön, dass Limited One natürlich auch immer bei den meisten Switch spielen, die er für Vollpreis kauft, ist ja nie was dabei. Bei Limited One packt immer noch ein bisschen was dazu, irgendwie ein kleines Handbuch oder ähnliches. Ich muss dieses Mal echt immer so zur Seite switchen. Entschuldigt. Das alte Problem mit dem Panda-Kopf, aber vielleicht habe ich nämlich da bald ein etwas Abhilfe, muss ich mal schauen. Aber im Zweifel stürzt es mich mehr als euch auf jeden Fall. Ja, ist natürlich, Bloodstained ist natürlich so eine Neuauflage der Castlevania Sache und dieses Bloodstained Curse of the Moon, das war quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Ich habe das gar nicht so genau verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich jetzt nicht so der Castlevania Hardcore Fan bin. Ähm, das war quasi so eine Art Vorläufer, eine Demo ja, äh, an sich ja nicht, zu dem, äh, Bloodstained, was so ein bisschen auf NES-Style ist. Also wie so Castlevania 1 auf dem NES, wo das umgesetzt, da sieht man ja auch, ne, im Trailer, wie immer eingeblendet, optisch und so weiter. Spielt es ja natürlich sehr, sehr ähnlich. Ich, hier habe ich mal ganz kurz reingespielt und zwar, als ich im Flugzeug war auf dem Weg zum Urlaub. Da wurde ich ehrlich gesagt nicht ganz so warm mit dem Spiel, ähm, wobei ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt so die alten Castlevania Spiele abfeiere. Aber, äh, es kann auch natürlich auch sein, ich war etwas kaputt, müde im Flugzeug, Geräuschkulisse und so weiter, ne. Ähm, ein bisschen genervt, denn, äh, wenn man sich so auf ein Spiel einlässt, dann muss das ja, äh, hat das natürlich schon ein blödes Oben, ne. Wie war es? Das habe ich. Mal gucken, weil ich da mal ein bisschen Zeit habe, mal ein bisschen näher einzutauschen. Und dann war noch dabei The Messenger. Ja, äh, das ist leider auch noch original zu, deswegen kann ich euch leider keine Spielerlebnisse da euch genau zu sagen. Ja, da hat mich auf jeden Fall vor allem interessiert diese Optik und die Musik. Oh, mhm. Ihr müsst euch mal wirklich, äh, Walkthroughs oder sowas, Gameplay-Szenen angucken. Die Musik ist wirklich der Hammer. Ja, und dann soll es natürlich auch so wie die anderen, ne, äh, Indie-Spiel, also Plattformer, Pixel-Optik, hat so ein bisschen, spielt sich ja auch sehr, sehr schnell und fluffig, was ich so von Gameplay her gesehen habe. Wie gesagt, ich habe leider noch nicht reingespielt, äh, ist noch eingepackt, aber irgendwann werde ich vielleicht nochmal meine, meine Serie, äh, Panda gegen den Pile of Shame an angehen. Und da wird es auf jeden Fall ein Kandidat, das ich das wenigstens mal anspiele, auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, äh, das war jetzt mein Deal mit dem Joe. Beides hat er sich zum Einkaufspreis mir überlassen, wenn man jetzt bei Ebay guckt, die Dinger sind schon teurer. Also, vielen, vielen Dank, äh, äh, an dieser Stelle, ähm, noble, noble Aktion auf jeden Fall, habe ich natürlich gerne genommen. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Spiel, und zwar dieses Mal für das Super Nintendo. Und zwar habe ich mir ein etwas ungewöhnliches Spiel geholt, und zwar Mario's Time Machine. Ja, das ist ja so ein komisches Idiotainment-Spiel, was so ein bisschen, ja, ähm, also ich habe mal für die Gameplay hier kurz reingespielt. Ich habe da noch nicht so groß was gerafft, ich muss mich mal da ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und zwar, warum habe ich mir das geholt? Das ist ja etwas ungewöhnliches Spiel. Und zwar habe ich mir das, äh, geholt, weil meine Freundin meinte, sie hatte so ein Spiel damals als Kind. Und, ähm, da interessiert mich natürlich schon, wenn da so eine emotionale Bindung dazu ist. Das muss ich mir jetzt natürlich auch mal besorgen und mal anschauen. Äh, ich muss einfach mal gucken, in welchem Format das irgendwie verwurstet wird. Ich habe da mal so ein, zwei Ideen. Ob es eine Quäzzi-Folge wird, weiß ich nicht. Da muss ich nochmal ein bisschen näher in das Spiel reingehen, oder ob ich da einen ganzen Test dazu mache. Könnt ja auch vielleicht mal, wenn es euch interessiert, mal reinschreiben, ob ihr einfach mal nur reinspielen soll, oder auch wirklich einen tiefgründigen Test dazu machen soll. Äh, würde mich interessieren, äh, wie, wie sehr euch dieses Spiel interessiert, weil das ja so ein bisschen was anderes ist. Es ist ein Edutainment-Spiel, das heißt, es soll, ist kein richtiges Spiel. Also, wie Super Mario World natürlich ist es schon ein Spiel. Aber der Fokus liegt eher drauf, dass auch die, die Kinder, die da spielen, so ein bisschen was mitnehmen. Und, äh, Marius Time Machine ist natürlich so ein bisschen auf Geschichte gemünzt. Und ich bin ja auch großer Geschichtsfan. Von daher würde das eigentlich für einen Test reichen, oder sich eignen. Aber, wie gesagt, schauen wir mal, schreibt mal in die Kommentare. Hier rein, auf jeden Fall. Das war jetzt zu meinen Spielen. Wie gesagt, ich habe eigentlich nicht viel gekauft, weil ich auch nicht so die Zeit hatte. Ich war im Urlaub und immer irgendwie so rumwusteln. Und, ähm, es kam jetzt auch, ehrlich gesagt, nichts großartig raus, wo ich gesagt habe, Mensch, das brauchst du unbedingt. Okay, es sind natürlich ein paar schöne Spiele rausgekommen, wie natürlich Luigi's Mansion und so weiter. Aber, hm, keine Zeit. Dann gucke ich mal, ob es vielleicht bei irgendeiner Aktion, die mal günstiger gibt. Eine Sache habe ich allerdings noch bekommen, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich hatte nämlich Geburtstag. Und die besagte Freundin hat mir zu meinem Geburtstag zwei feine Sachen geschenkt. Und zwar eins, das habt ihr ja schon gesehen, den Game Boy Spieleberater 2. Da haben wir eine schöne Blätterfolge gemacht. Wie ihr wisst, bin ich immer enormer Fan von den ganzen Spieleberater-Geschichten und so weiter. Und, äh, das Spieleberater 2, den findet man gar nicht so häufig. Also, zum vernünftigen Preis, sage ich mal. Also, ich habe immer natürlich bei den Börsen auch ein Auge offen gehalten. Da habe ich es nie gesehen. Bei Ebay kriegt man es schon, aber für einen sehr saftigen Preis. Und da war ich natürlich sehr froh, dass er mir das geschenkt hat. Vor allem bei der Zustand. Ihr habt es ja im Blättervideo wahrscheinlich gesehen. Wirklich 1A ist. Auch da, wenn ihr da genau wissen wollt, was da drin ist, empfehle ich euch natürlich das Blättervideo. Und nicht nur den Game Boy Spieleberater 2, sondern auch den Super Nintendo Spieleberater 2. Den gab es. Finde ich natürlich auch sehr, sehr herrlich. So ein bisschen als Paar. Auch hier den ersten Super Nintendo Spieleberater-Teil habe ich ja schon in der Blätterfolge verewigt. Und, äh, wie gesagt, da werden wir mal schauen. Früher oder später wird der natürlich hier auch ankommen. Diese Spieleberater 2. Wer sich fragt, warum es da 2 gibt. Es ist halt so, dass, äh, am Anfang, wenn Kosovo erschien, relativ am Anfang, da erschien immer das Spieleberater 1. Und der natürlich nur diese Spiele abgedeckt, die zum Start da waren. Und der Berater 2 jeweils kam eher zum Ende des Lebenszyklus des Systems. Also, als jetzt schon das neue System in Sicht war, so nach dem Wort. Also, so langsam in Sicht war. Ähm, ähm, und da werden natürlich noch ganz viele andere Spiele behandelt, die etwas später erschienen sind und so weiter. Deswegen finde ich halt vor allem auch hier die hier interessant, weil sie eben nicht nur die Launch-Titel irgendwie, äh, abhandeln. Finde ich hier sehr schön. Und was mich hier besonders freut, auch hier ist der Zustand, ihr seht es selbst, äh, 1a, der ist wie geleckt. Finde ich super. Und das Schöne ist hier, sowas finde ich immer herrlich, wenn sowas nur vom, vom, vom kindlichen Vorbesitzer irgendwie sowas drin ist. Hier so eine Passwort-Liste für Goof-Troop und sowas. Also, wenn man solche, ich nenne es mal Artefakte, immer noch sieht. Ich freue mich immer sehr. Auf jeden Fall, ja, die beiden habe ich geschenkt bekommen. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und ihr habt so gesehen ja auch was davon, weil ihr seht natürlich das Blätter-Video dann entsprechend. Ja, und ich würde sagen, das waren auch schon meine Pickups. Wie gesagt, es war eigentlich nicht viel. Ähm, ich muss mal gucken, was sich wieder so ein bisschen ansammelt und so weiter. Ähm, so ein paar Sachen habe ich eventuell in Aussicht. Ähm, eine große Sache kommt eventuell im Dezember, aber das zeige ich euch dann etwas genau. Wobei die nur indirekt mit, mit den Spielen zu tun hat, sondern eher mit, äh, mit YouTube. Da muss ich aber mal schauen, ein bisschen länger überlegen und so weiter. Ähm, würde aber dann auf jeden Fall für mich mehr Spaß bringen und für euch vielleicht auch. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und wie gesagt, ähm, meine Gedanken zu, zu diesen drei Video-die-Woche-Format. Ähm. Je länger ich darüber überlege, finde ich diese Regelung, dass, dass ich nur alle zwei Sonntage irgendwie so ein Video mache. Und eventuell dann halt Donnerstag statt ein Quätsich-Video oder sowas dann mal eine Blätter-Folge oder sowas einstreue. Ähm, was, was haltet ihr davon? Ähm, werdet ihr jetzt böse? Wobei böse ist vielleicht das falsche Wort dazu. Ähm, aber findet ihr das okay? Ich mache mir natürlich immer so selber ein bisschen Druck, weil ich habe jetzt diese drei Videos die Woche etabliert. Mache mir selber einen Druck. Aber ich merke halt selber, ich habe gar keine Zeit mehr für andere Sachen und so weiter momentan. Wie gesagt, ändert sich vielleicht. Aber ich glaube, so eine Regelung, alle zwei Sonntage vielleicht ein Video zu machen, wäre gar nicht so schlecht. Ähm. Ich kann ja vielleicht mal eine Umfrage im Community-Tab starten. Ähm, alle, die das vielleicht noch nicht kennen, diesen Community-Tab, den kriegt man ja ab 1000 Abonnenten. Den nutze ich auch häufig mal, um mal eine kleine Umfrage zu machen und euch mal ein bisschen zu posten, was erwartet euch diese Woche und so weiter. Das wäre natürlich dann auch ein gutes Mittel, um mal so eine Umfrage zu starten. Und wenn ich daran denke, mache ich das mal. Ansonsten könnt ihr in den Kommentaren ja mal eure Gedanken mir kurz schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, äh, ich sehe gerade lang genug gelabert. Fast 20 Minuten. Uiuiui, für diese paar Sachen. Ja, ich, äh, konnte euch zu den Switch-Spielen leider jetzt nicht so super viele große Eindrücke geben. Aber ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung. Aber ich denke mal, die Ausbeute konntet sich einigermaßen sehen lassen. Und dann an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!